Herzlich Willkommen zu unserem dritten Testbericht zum Auto-Mover 430X. Heute zeigen wir euch, wie mit festen Hindernissen umgegangen werden kann. In diesem Bereich seht ihr unterschiedliche Sträucher und Bäume, die verschieden ausgespart werden können. Dieser Strauch ist zum Beispiel durch das Begrenzungskabel ausgegrenzt, somit erkennt der Auto-Mover es automatisch. Hier haben wir auf eine Ausgrenzung verzichtet, der Auto-Mover stößt an und wendet. Genau wie hier, also bei allen Sträuchern und Bäumen, wo die Äste etwas höher beginnen, kann man darauf verzichten. Er stößt an, wendet, fährt weiter. Und hier haben wir ein Beispiel, wo wir den Baum ausgegrenzt haben, also mit einem Begrenzungskabel umrandet, so dass der Auto-Mover dies erkennt, wendet und weiterfährt. Vorteil von den Nicht-Ausgrenzen ist, dass der Auto-Mover, den man hier nochmal sehr schön sieht, direkt bis ran fährt und dadurch fast keine Nacharbeiten notwendig sind. Nachteil, dass durch herunterhängende Äste das Chassis geschädigt wird. Nachteil von den Ausgrenzen ist hier, dass man doch ein bisschen mehr Nacharbeit hat, aber eben das Chassis nicht beschädigt wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017